Die erste Auflage des OERA-Länderbuches ist ausverkauft und dadurch die Gelegenheit entstanden, eine zweite Ausgabe drucken zu lassen. Für mich ist dies eine erwünschte Sache, weil ich dadurch in die Lage versetzt bin, hier und da einige eingeschlichene Fehler zu berichtigen oder eine weniger genaue Übersetzung zu verbessern. Seit seinem ersten Erscheinen, ja sogar schon bevor es gedruckt wurde, hat das Buch starke Gegenreaktionen und Verurteilungen erfahren. Es sind darüber viele Schreibstifte in Bewegung gebracht worden, zuerst um die Herausgabe zu verhindern und anschließend um der Verbreitung entgegenzutreten. Nicht nur im Inland, sondern auch außerhalb ist man gegen das Buch zu Felde gezogen, als ob von der Echtheit oder Unechtheit das Wohlergehen von Land und Volk abhänge. Was hat denn das unschuldige Buch verbrochen, um so viel Hass und Verbitterung zu erwecken? Ist es so eine lächerliche Stümperei, solch ein dummes Geschwätz, nicht wert gelesen zu werden? Nun, dann lese man es nicht. Aber wenn man es dann dennoch liest, dann lese man auch, was ich dazu und darüber geschrieben habe, in der Einleitung, in den geschichtlichen Randbemerkungen, in die Königliche Akademie und das OERA-Länderbuch und in der Deventa-Corand und das OERA-Länderbuch. Doch das ist gerade, was man nicht tut. Man will nicht informiert sein über die Beschaffenheit, den Zweck und den wissenschaftlichen Wert des Buches. Es ist viel bequemer und erfreulicher, blind umherzuschlagen und wild zu schreien, als sich zu einer ernsthaften Untersuchung hinzusetzen. Jeder, der mal eben das Buch oberflächlich eingesehen oder etwas davon reden gehört hat, fühlt sich berechtigt, darüber ein vernichtendes Urteil zu fällen. Dieses Urteil macht einen Triumphzug durch alle Zeitungen, wird von dem sachunkundigen Publikum bejubelt und das Land ist gerettet. Nun haben die Herren F. Muller und P. Schmidt von Gelder in Amsterdam das Papier der Handschrift, so heißt es, untersucht und behaupten im niederlandischen Spektator Nr. 1932 von 5. August 1876, dass das Papier in diesem Jahrhundert hergestellt wurde und zwar innerhalb der letzten 25 Jahre, dass es maschinell hergestelltes Papier-Vergé sei und aus der Fabrik des Herrn Thielens und Schrammen in Maastricht stamme. Fußnote Papier-Vergé, französisch Papier mit Wasserzeichen aus parallelen Linien. Herr Muller schreibt, dass sich diese Ansichten auf die nachfolgenden Gründe stützen. Erstens. Das Papier im 13. Jahrhundert war ganz und gar aus Baumwolle, dick, uneben, wollig, mit sehr ungleichmäßigen, undeutlichen Wasserlinien. Dieses Papier ist dünn, gleichmäßig, hart, hier und dort durchscheinend, mit regelmäßigen, deutlichen Wasserlinien. Antwort. Das Baumwollpapier aus dem 13. und früheren Jahrhunderten musste, bevor man darauf schreiben konnte, dazu eigens durch polieren, präpariert werden. Die Araber und Goten haben dieses in der gleichen Weise gemacht, wie die Ägypter ihr Papier und die Römer die feineren Pergamentsorten glänzten, nämlich durch kräftiges Reiben oder Glätten mit dem Stoßzahn eines Wildschweines. Zum gleichen Zwecke bedienten sich die Buchbinder eines Achates. Durch die starke Reibung werden die Papierfasern dichter zusammengepresst und das Papier dadurch glatt und eben und etwas dünner, als es vorher war. Doch deswegen kann man das Papier der Handschrift nicht dünn nennen. Die Handschrift besteht aus 96 Blättern, die zwischen eine Presse gelegt zusammen eine Stärke von gut 12 mm haben, wohingegen die Dicke von zwei Büchern mit bestem holländischem Schreibpapier 12,5 mm beträgt, sodass sich die Stärke beider Papiersorten die Waage hält. Und bestes holländisches Schreibpapier gehört ohnehin nicht zu den dünnen Papiersorten. Ich muss annehmen, dass die Papierproben, die Herr Muller früher gesehen hat, noch unpräpariert und unpoliert gewesen sind und dass hieraus der Unterschied erklärt werden muss, den er bei diesem Vergleich bemerkt hat. Zweitens. Von Alters her bis ungefähr 1800 ist das Papier in der Mitte zwischen den Wasserlinien dünner als beiderseits dicht neben den Wasserlinien. Dieses Papier ist bei den Wasserlinien gleichmäßig, wie es nur bei Papier aus diesem Jahrhundert der Fall ist. Antwort. Ich bemerke hierzu, dass der Ausdruck von Alters her nicht weiter reicht als bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts, als das Leinenpapier an die Stelle des Baumwollpapiers getreten ist und sich die Papierherstellung mehr und mehr über Europa ausgebreitet hat. Dieser Vergleich hat folglich keine Beziehung zum Baumwollpapier des 13. Jahrhunderts und führt zu keiner Schlussfolgerung gegen das Papier der Handschrift, nämlich dass dieses aus dem jetzigen Jahrhundert stammen soll. Hinweis, mit dem jetzigen Jahrhundert meinte Uthema vor fast 140 Jahren natürlich das damalige 19. Jahrhundert. Es unterscheidet sich hier gerade vom gegenwärtigen Papier in vier sehr wichtigen Punkten. A. Die Breite der horizontalen Wasserlinien. Denn in einem Abstand von 33 mm zählt man dabei 16 horizontale Wasserlinien, sodass die Breite jeder Linie ganze 2 mm beträgt. Das maschinelle Papier weist in diesem Abstand 17 bis 18 solcher Linien auf oder für jede Linie eine Breite von nicht mehr als 1,85 mm. Schweres, englisches Briefpapier hat auf diesem Abstand 20 Linien, jede mit einer Breite von 1,65 mm. B. Das Fehlen von Chlor. Eine Untersuchung, die in meiner Gegenwart von dem verstorbenen Herrn A.P. H. Kuipers vorgenommen wurde, hat bewiesen, dass das Papier nicht im geringsten auf Silber reagiert und somit absolut kein Chlor enthält. Während in diesem Jahrhundert kein Papier hergestellt wird, das nicht mit Chlor behandelt wird und bei der gleichzeitigen Untersuchung auf Silber einen weißen Belag erzeugt. C. Das Fehlen von Stärke, Amylum, also pflanzliche Stärke. Die Untersuchung mit einer Jodlösung, die auf maschinellem Papier eine reine und helle violette Färbung erzeugt, hat auf diesem Papier keine Auswirkung und lässt die braune Farbe des Jods unverändert. Wenigstens nicht mehr als bei jedem aus rein pflanzlichen Fasern hergestellten Stoff beobachtet wird, weil in allen pflanzlichen Faserstoffen als natürlicher Bestandteil etwas Amylum vorhanden ist. Dieses Papier ist daher ohne Beimengung von Stärke und also nicht im gegenwärtigen Jahrhundert hergestellt worden. D. Was die Wasserlinien anbetrifft, besteht noch ein großer Unterschied zwischen maschinellem Papier und dem der Handschrift. Bei Erstgenanntem sind die Linien der parallelen Wasserzeichen äußerlich sichtbar und fallen sofort ins Auge. Beim Letzteren sind die Wasserlinien äußerlich fast unsichtbar, sodass selbst Dr. Elko Fairweiss in einem an mich gerichteten Brief, datiert Leiden den 1. Dezember 1870, d.h. nachdem die Handschrift drei Jahre lang in seinem Besitz war, schrieb, Zitat, ferner das Papier, das mir sowohl wegen der Form als auch wegen des Materials verdächtig erscheint. Offensichtlich ist es Velin-Papier, Fußnote Velin ist ein feines, weiches Pergament, ungeripptes Papier. Offensichtlich ist es Velin-Papier, das im Rauch gehangen hat. Reißt man die Blätter ein, dann zeigt es sich im Riss viel weißer. Ein Wasserzeichen ist nirgends zu finden und ich habe nie mittelalterliches Papier ohne Wasserzeichen gesehen und kann mir solches nicht vorstellen. Zitat Ende. Dr. Fairweiss hat also in dieser ganzen Zeit die Wasserlinien nicht gesehen, nicht einmal als er nach einem Wasserzeichen suchte. Dies wäre nicht möglich gewesen, wenn er mit parallelen Wasserzeichen versehenes, maschinelles Papier vor sich gehabt hätte. Drittens. Dieses Papier ist gelb eingefärbt und nicht von Natur aus gelb, wie viele Stellen beweisen. Antwort. Wäre das Papier gefärbt worden, dann müsste der Farbstoff in das Papier eingedrungen sein. Doch das ist nicht der Fall. An der Bruchstelle sieht man deutlich, dass die Fasern innen weiß sind. Die schmutzige, gelblich-schwarze Farbe des Papiers ist allein die Folge der Zeit und die Auswirkung des Alters im Verlauf von mehr als sechs Jahrhunderten. Dass übrigens das Papier noch so gut erhalten ist und vor allem nicht durch Feuchtigkeit oder Motten gelitten hat, ist ein Beweis für die sorgfältige Aufbewahrung der Handschrift als ein, um es so zu nennen, Familienheiligtum. Viertens. Dieses Papier ist abgeschnitten, wie deutlich zu sehen ist. Das Papier des 13. Jahrhunderts lässt sich weder abschneiden noch abreißen, ohne Fasern zu hinterlassen. Antwort. Letzteres mag in jeder Hinsicht für ungeglättetes Papier zutreffend sein, beweist aber nichts hinsichtlich poliertem und dadurch fester zusammengepresstem Papier und hängt auf alle Fälle von der größeren oder geringeren Schärfe des Messers oder der Schere ab. Fünftens. Das Abschneiden lässt mich an maschinelles Papier denken, in das wohl die senkrechten Wasserlinien, Pontusogs, hineingebracht werden können. Doch ist mir nicht bekannt, ob die horizontalen Linien der Papierrahmen darin sein können. Wenn ja, dann halte ich dieses für gutes maschinelles Papier, das daher nicht älter als 25 oder 30 Jahre sein kann. Früher konnte man die Linien im maschinellen Papier nicht herstellen. Antwort. Ich habe vor mir eine authentische Erklärung der Herren E. van Berg, P. Urbanus, A. J. Leier und T. Moy liegen, wohnhaft in den Helder, in der sie versichern, dass ihnen mit Gewissheit zwischen den Jahren 1848 und 1850 das Vorhandensein der Handschrift als Eigentum der Familie Over the Linden bekannt gewesen sei, die später unter dem Titel Ted Uralinder Bock herausgegeben wurde. Diese Erklärung ist vollständig veröffentlicht worden im Helderschen Korant vom 12. März 1876. Damit sind sämtliche Ausführungen des Herrn Muller über das maschinelle Papier entkräftet, das nach seiner Erklärung vor 25 oder 30 Jahren, d.h. vor dem Jahre 1848, noch nicht mit horizontalen Wasserlinien hergestellt werden konnte. Das Papier der Handschrift ist also nicht in diesem 19. Jahrhundert hergestellt worden. Aus dem 14. bis 18. Jahrhundert ist nur Papier bekannt, das mit einem Fabrikzeichen, also Wasserzeichen, versehen ist. Aber im Papier der Handschrift ist nirgends eine Spur eines Fabrikzeichens vorhanden. Es wurde also auch nicht im 14. oder einem späteren Jahrhundert hergestellt. Somit bleibt kein anderer Schluss, als dass das Papier aus dem 13. Jahrhundert stammen muss. 6. Dieses Papier ist als Buch eingenäht gewesen, wie die Löcher bezeugen. Es ist um die Löcher herum viel zu hart, um alt zu sein. Auch ist die Art und Weise des Einnähens ganz modern und völlig anders als bei alten Handschriften. Dabei verwendete man weniger Löcher und dickeres Band oder Pergament, als sonst hierfür gebraucht werden. Antwort Wenn der Herr Muller die ganze Handschrift gesehen hätte, dann sollte er bemerkt haben, dass die Rückseite der Quadblätter, oder besser gesagt Sextanz, nirgends eine Spur von Leim oder anderes Klebematerial aufweist. Dies beweist, dass es nicht auf irgendeine moderne Weise eingebunden gewesen ist, weder mit Bändchen noch mit Streifen Pergament, noch mit Riemen, sondern stattdessen auf eine sehr einfache und primitive Art durch unmittelbares Anheften mit Nadel und Faden an einen pergamentenden Umschlag, wie man es im Handel wohl noch bei dünnen Broschüren antrifft, sogenanntes loses zusammenhängendes Zeug, wie Almanachs und dergleichen. Dieses kann jeder machen, und das wird Hideo Eralinda wohl auch eigenhändig getan haben, und wohl schon deshalb, weil er seine Handschrift keinem Buchbinder anvertrauen konnte, derweilen diese Kunst in den Klöstern ausgeübt wurde und sein Vorfahre Liko dringend vor den Mönchen, Pappe Kappa, gewarnt hatte, deren Augen nicht über diese Schriften gehen dürften. Die Schrift ist viel zu neu für ein hohes Alter, die Tinte liegt auf dem Papier auf, hat das Papier nicht angetastet, was bei hohem Alter durch die Tinte notwendigerweise geschehen musste. Die Tinte ist für ein hohes Alter viel zu schwarz, diese war in alten Zeiten heller und wird nach langer Zeit ganz und gar braun. Antwort Dem stelle ich die Worte von Wattenbach in »Das Schriftwesen im Mittelalter«, Leipzig 1871, Seite 137, entgegen. Zitat In alten Handschriften ist die Tinte schwarz oder bräunlich, immer von ausgezeichnet guter Beschaffenheit. Nachdem aber vom 13. Jahrhundert an immer massenhafter geschrieben wird, erscheint die Tinte häufig grau oder gelblich und ist zuweilen ganz verblasst. Als Bestandteile des Atramentum Librarium gibt Plinius Ruß oder Lampenruß und Gummi an. Marzianus Capella erwähnt zuerst die Galläpfel, Galarum gummeosque comixtio. Und ein Zitat von Seite 140 »Eine Mischung von Kupfervitriol und Galläpfeln soll am häufigsten sein«. Zitat Ende Aus welchen Bestandteilen nun die Tinte, mit der die Handschrift geschrieben wurde, zubereitet sein kann, ist mir unbekannt. Doch halte ich mich an das Zeugnis Wattenbachs über die gute Beschaffenheit der Tinte bis ins 13. Jahrhundert als Beweis für die Herkunft der Handschrift aus dem 13. Jahrhundert. Aus diesen Gründen kann ich mit dem Urteil der Herren Muller und Van Geldern nicht einverstanden sein oder mich zufrieden geben, deren Urteil obendrein nicht ganz frei von Einseitigkeit ist. Sie haben sich hauptsächlich die Frage gestellt, stimmt das Papier der Handschrift mehr oder weniger überein mit der Papiersorte der gegenwärtigen Zeit, Papier Verger. Dieses jedoch ist die zweite Hälfte der Frage. Der erste und wichtigste Teil ist, inwieweit stimmt die Handschrift mit anderen Manuskripten auf Papier überein, die älter sind als aus dem Jahre 1300? Diesbezüglich habe ich hier noch eine Bemerkung hinzuzufügen. Die Handschrift ist lineiert gewesen, wahrscheinlich mit Blei. Jedoch hat das hohe Alter die Linien verblassen lassen und fast ausgewischt, so sehr, dass ich sie anfangs wohl vermutete, aber nicht unterscheiden konnte, bis mich J. Hoft von Idekinge darauf aufmerksam machte. Sobald dieser einen Teil der Handschrift zu Gesicht bekam, sagte er, das ist lineiert gewesen und dort kann man die Spuren davon noch sehen. Und nachdem ich so die Spuren einmal zu lesen gelernt hatte, fiel es mir leicht, sie überall auf der Blattseite zu erkennen. Deshalb habe ich auch auf dem Faximile von Blatt 45 die Lineierung wiederhergestellt, um aufzuzeigen, wie genau und sorgfältig die Linien gezogen und die Buchstaben dazwischen geschrieben waren. Und um zugleich verständlich zu machen, wie viel Zeit und Fleiß da auf diese Handschrift, von der nur ein paar hundert Seiten übrig geblieben sind, verwendet wurde. Dazu habe ich den Versuch unternommen, auf gewöhnlich lineiertem Papier Seite für Seite der Handschrift in ihrer eigenen Schrift abzuschreiben und musste für diese Arbeit 300 Stunden aufwenden. Das ist dann nur alleine das Abschreiben. Und dann müsste ein Erdichter noch erst das gesamte Buch in einer Sprache zusammengestellt haben, die von den bekannten Dialekten des Altfriesischen ebenso zu unterscheiden ist, wie diese alle untereinander verschieden sind. Denn die alten friesischen Gesetze, das ist das westliche Lauwers, das Hunsingtonner, das Fievelgor, das Oldamster, das Emsinggor, das Brogmer und das Rüstringerrecht, sind in ebenso vielen verschiedenen Dialekten geschrieben und weichen in Buchstabierung und Wortbildung voneinander ab. Gegenüber all diesen hätte er einen besonderen Dialekt erfinden müssen, der zwischen Flieh und Schelde gesprochen wird. Und schließlich hätte er noch eine Buchstabenschrift ersinnen müssen, die mehr und besser als einige andere für die friesische Sprache geeignet ist. In Anbetracht der Buchstabenschrift muss ich endlich noch auf eine sehr kennzeichnende Besonderheit hinweisen. Das Alphabet hat noch kein Q und Z. Die Verbindungen Q, U, S, C, S, C, H und das C am Anfang eines Wortes sind noch nicht bekannt. Ein Beweis, dass diese Schriften aus der vorrömischen Zeit stammen. Das C wird nur in der Zusammensetzung C, H gebraucht als gehauchtes oder verschärftes G, zum Beispiel Burj, plural Burga. In den friesischen Gesetzbüchern hat die Sprache demgegenüber die Schreibweise aus dem Lateinischen übernommen und besondere Zeichen für gedehnte Vokale verloren, ebenso wie die für G, S, N, G und T, H. Der Einfluss des Lateinischen hat vor allem seit Karl dem Großen das Alphabet durch Verringerung der Anzahl der Buchstaben vereinfacht, aber dadurch auch verschlechtert und für die Andeutung der in der friesischen Sprache eigentümlichen Laute weniger geeignet gemacht. In dieser Hinsicht hat die friesische Schreibweise oder Buchstabierung eine Entartung erlitten, deren Auswirkungen von den heutigen Schriftstellern tief empfunden werden. Ein Erdichter sollte sich wohl gehütet haben, an der Buchstabierung und dem Alphabet der altfriesischen Gesetze etwas zu verändern und Sorge getragen haben, durch einige Änderungen kein Misstrauen zu erwecken. Sehen Sie, dies ist kein Machwerk, das irgendein Schelm zum Spaß ausführt, nur um jemand an der Nase herumzuführen. Dies zu unterstellen ist ja wohl eine Ungereimtheit. Doch das ist noch gar nichts. Die negative Kritik der modernen Wissenschaft steht vor keinen Ungereimtheiten. Wenn sie sich einmal in den Kopf gesetzt hat, nicht dulden zu wollen, dass das Eure Linderbuch echt ist, dann muss es unecht sein, koste es, was es wolle. Nun läuft sie, die Wissenschaft, überall herum, um den Betrüger zu suchen. Es ist sogar die Rede davon, Geld zu sammeln, um einen Preis auf seinen Kopf auszusetzen und den Denunzianten zu belohnen. Doch alles aus dem einfachen und natürlichen Grund ohne Erfolg, weil dieser Mann nicht existiert und niemals existiert hat. Inzwischen ist sie bestrebt, das Publikum überall abzuschrecken und richtet an jeden die inquisitorische Frage, glaubst du noch an das Eure Linderbuch? Meine Antwort lautet, Ja, meine Herren. Ich habe nun fast sechs Jahre lang das Buch durch und durch sozusagen von innen und außen im Zusammenhang mit der ganzen alten griechischen und lateinischen Literatur studiert, aber nirgends habe ich etwas finden können, was mir irgendeinen Grund zum Zweifel bot. Darum glaube ich noch an die Echtheit von Ted Oralinderbock und aus diesem Grunde habe ich die Ehre, Ihnen die zweite Ausgabe davon anzubieten. Leuwarden, September 1876, Dr. J. G. Uthema Nun eine Übersetzung aus Ted Oralinderbock aus der zweiten Auflage 1876, Seite 1-4. Titel Die Handschrift von Ted Oralinderbock hat es schon lange Zeit vor dem Jahre 1600 gegeben. Die Handschrift ist in späterer Zeit nachträglich mit Seitenzahlen versehen worden. Die Handschriften der ältesten Zeit waren unpaginiert und sogar die ältesten Erzeugnisse der Druckerpresse in Kunabelin, zum Beispiel der erste Druck des altfriesischen Landrechts Jusmunicipale Frisonum, der sogenannte Anjuma-Druck 1466, enthält lediglich eine Anweisung über die Reihenfolge der Druckblätter, Signatur, mittels Buchstaben, aber keine Seitennummerierung. In der lateinischen Ausgabe der Claudii Ptolemei Geographica von Bilibaldus Pirkeimerus, Straßburg 1525, kommt noch keine Paginatur vor, nicht einmal in der Ausgabe von Ansonii Opera, Bordeaux 1591. Die Ziffern der Paginierung stimmen auch nicht mit den Formen überein, die in der Handschrift selbst gebräuchlich waren und auf der zweiten Tafel abgebildet sind. Sie haben dahingegen die Form, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts dafür beim Schreiben benutzt wurde. Doch in ihrer Zusammenstellung zeigen sie uns dadurch ein fremdes Erscheinungsbild, das nämlich die Hunderterzahlen von den Einern- und Zehnerzahlen durch das Wörtchen Ent für und oder stattdessen durch einen Strich getrennt werden. Genauso wie man sprechend sagt Hundert und Eins, so wurde es auch hier geschrieben. Hundert Ent Eins, Hundert Bindestrich Zwei, Hundert Bindestrich Drei und so weiter bis Hundert Bindestrich Neunundneunzig und dann weiter Zweihundert Ent Eins, Zweihundert Bindestrich Zwei, Zweihundert Bindestrich Drei und so weiter bis Zweihundert Ent Zehn, welches die letzte Seite ist. Diese Art Zahlen zu schreiben findet man auch hier und da in der Handschrift, zum Beispiel siehe Abbildung. Diese Besonderheit gibt uns einen Hinweis auf die Zeit, zu der die Paginierung stattfand. Wir finden diese Schreibweise nämlich auch in der Chroneig von Holland und so weiter zu Delft 1591, das beinhaltet verschiedene Chroniken, zum Beispiel siehe Abbildung. In der Chronike von Friesland von Ockham Schalensem und so weiter in Klammern Andreas Cornelius Stavriensis zu Leuwarden 1597 wird fortwährend geschrieben Anno 300.96, als man das Jahr 300.93 schrieb Anno 400.57 Anno 500.38 Anno 600.72 Anno 1000.8 Anno 1015 und so weiter. In späteren Büchern findet man diese umständliche Art, Zahlen zu schreiben, nicht mehr. Man sieht jedoch, dass sie gegen Ende des 16. Jahrhunderts noch bekannt und gebräuchlich war. Hieraus kann man getrost folgern, dass die Paginatur der Handschrift auch aus dem Ende des 16. Jahrhunderts datiert. Mit anderen Worten, die Handschrift existierte schon vor dem Jahre 1600. Doch aus der Paginatur lernen wir noch weitere Besonderheiten bezüglich der Handschrift kennen. Die letzte Blattseite ist nicht in der Weise, wie die vorhergehenden Seiten mit 200-10 bezeichnet, sondern voll ausgeschrieben. 200-10 Dies beweist, dass der Mann, der die Seiten paginierte, hier seine Aufgabe vollendet hatte und dass diese Blattseite damals die letzte von dem war, was zu dieser Zeit noch von der Handschrift vorhanden war, da das Ende der Handschrift schon vor dieser Zeit verloren gegangen war. Dies hätte nicht geschehen können, wenn die Handschrift nicht schon geraume Zeit früher durch Verschleiß und Brechen der Fäden aus dem Umschlag gefallen wäre und in losen Katern und Blättern vorgelegen hätte. Der Sorge zuvor zu kommen, dass die lose liegenden Blätter in Unordnung geraten könnten, hat den damaligen Eigentümer sicherlich veranlasst, sie mit einer Paginatur zu versehen. Diese verläuft regelmäßig bis Blatt 168, setzt sich dann von Seiten 189 bis 192 fort und schließlich von Seite 195 bis 210. Was hierzwischen fehlt, scheint mir in späteren Jahren verloren gegangen zu sein, sodass gegenwärtig die sieben ersten Katern noch vollständig sind, vom achten nur noch die beiden letzten Blätter, 189 bis 192, und vom neunten Katern die acht mittleren Blätter, 125 bis 210, übrig sind. Die wichtigste Schlussfolgerung, die sich hieraus ergibt, ist, dass die Handschrift, solange sie in ihrem Umschlag fest eingeheftet war, noch unpaginiert gewesen ist und dass demnach Hideo Eralinder die Seiten nicht nummeriert hatte. Er brauchte das auch schon deswegen nicht zu tun, weil er, seine Handschrift selbst einnähend, genau wusste, wie die Katern aufeinander folgen. Hätte er die Handschrift einem Buchbinder gegeben, um sie einzunähen, dann hätte er die Katern mit einer Folgenummer oder einer anderen Markierung versehen müssen. Doch das hat er auch nicht gemacht, und dies wiederum bestätigt meine schon an anderer Stelle geäußerte Vermutung, dass Hideo Eralinder die Handschrift eigenhändig in einem Umschlag eingenäht hat. Dr. J. G. Othema J. G. Othema J. G. Othema